Hallo und herzlich willkommen bei Osiris New Dawn. Wir machen das dann mal weg. Wir sollen das Sauerstoff, also im Prinzip eine Sauerstoffgewinnung bauen. Dazu brauchen wir ganz dringend Gold. Ich bin ziemlich an der Stelle, wo ich das letzte Mal aufgeholt habe. Sollen wir es probieren? Ach, ich probiere es mal, bis der Robby da ist. Habe ich ja Zeit. Ähm, das heißt, wir wollen Sauerstoff gewinnen. Wir brauchen unbedingt Gold dazu. Überhaupt für die ganzen künftigen Geräte brauchen wir Gold. Da ich bisher keines gesehen habe, gehe ich nicht davon aus, dass das gleich um die Ecke sein wird. Deswegen habe ich mir jetzt den Robby mitgenommen und wir versuchen jetzt ein bisschen Gold zu finden. Oh, das reicht. Okay. Gehen wir runter, holen wir uns das Fleisch ab. Weißt du nicht, wozu? Und deswegen gehen wir jetzt Gold suchen. Und Robby, wir brauchen erst zurückkommen, wenn wir Gold haben. Außer, keine Ahnung. Wir finden, ich weiß es nicht. Irgendwas anderes. Die Schneise hoch müsste der Robby da auch kommen. Da haben wir ein bisschen Eisen, das bräuchten wir zwar auch. Aber es ist jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Was? Und jetzt wird es Nacht, oder was? Du wolltest mich doch verkackeiern. Du wolltest mich fertig machen. Wird Nacht. Ja, ich bin schon immer nachts gerne unterwegs gewesen. Ja. Hm. Da haben wir Sauerstoffe, wenn ich das richtig sehe. Ja. Da haben wir ein bisschen Titan. Oh Mann. Keine Ahnung, wie man Gold finden soll. Ich meine, ich weiß, dass die Goldbrocken auch einfach so rumliegen. Jemals größer als Level 1 werden kann, oder? Ich weiß es nicht. Leed. Leed. Monster. Die Reiche quälen wir nicht. Ach, der rennt mir nach. Weiß es nicht. Ne. Jetzt hat er abgedreht. Ich weiß allerdings leider auch nicht genau, wo mein Robby jetzt ist. Carbon. Okay. Und wir da hinten. Kupfer, oder? Kupfer, oder? Kupfer. 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 Schau da jetzt mal runter. Oh oh. Das ist ein Wurmkrater. Wo ist der Wurm? Da ist er. Da ist er. Hallo, Wurm. Tschüss, Wurm. In dem Krater gibt es Aluminium. Aluminium, was noch? Ich meine, da unten ist ja alles voll. Magnesium. Ja, weil wir schon da sind, müssen wir eigentlich. Magnesium haben wir ein bisschen nicht bei mir in der Nähe gefunden. Mhm. Zum Wissen Magnesium Weg damit. Sehr gut. So. Noch mehr Magnesium. Oh, ich bin schon überladen. Fängt ja schon mal gut an. Sehr gut. So. Noch mehr Magnesium. Kommt da tatsächlich mein Roboter? Da kommt mein Roboter. Oh man, es schaut ja schlecht aus. Ja, wenn das so ist, kann ich weiter bauen da. ZEBIT. 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 So, mein Roboter auch eine maximale Ladungskapazität? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal, sieh mal einer. Nö, da dürften noch Slots begrenzt sein, das ist okay. Könnten wir im 8 Slots. So, der ist hinüber. Sehr gut, Robby. Uiuiui. Wir haben da einen Nächsten. Die kommen gerne nachts und immer wenn ich mich zu wenig bewege, praktisch. Auch weg. Gut. Voll entspannt. So. Einsammeln. Es wird Tag. Da kommt der Nächste. Der kommt sonst wieder irgendwann. Okay, komm hoch da. Komm hoch. Okay. Ich habe dich gerade noch gehört. Du kannst mich gerne haben. So, der ist hin. Ein normaler Wurm. Wie weit sind wir nicht schon weg? Über zwei Kilometer. Das ist die Frage, gehen wir noch weiter weg? Ja, oder? Da müssen wir was finden, hätte ich gesagt. Gut, dann trinken wir. Wo ist der Wurm hin? Oh ja, wir hatten schon so lange kein schlechtes Wetter. Bobby? Ach, da bist du. Geh' aus. Komm mit. Geh' aus. Gut. Wie wahrscheinlichGHT ich mit ihnen geven. Schön. W gracias. Hmm suffers. Oh ich habe sie uns schon drq. voll entspannt, relaxed hier echt? klare Sicht kein Nebel, kein Regen kein gar nichts ich glaube, das ist das Spiel mit dem schlechtesten Wetter, das ich je aufgenommen habe bringt mir die Lampe was? nicht wirklich in einer Umgebung, wo ich eh im Prinzip alles sehen würde wie weit sind wir jetzt schon weg? 2,3 Kilometer das ist schon ganze Stücke wir brauchen doch nur Gold was ist denn das? ich finde ja gut aus keine Ahnung, wo wir es sind da gibt es Titan noch mehr Titan ich finde es erst nie wieder da haben wir Sauerstoff eine einzelne Quelle da hat es auch ach nee, der zweite ist auch da Aluminium Karbon ich meine, theoretisch kann ich auf 5 Minuten 5 Meter daneben vorbeifliegen ich kriege es gar nicht mit Karbon okay, ja Karbon Hermann-Krater okay hallo Hermann ist das ein Wurm? ne, du hast keinen Wurm langweiliger Krater wie sie sehen sehen sie nichts nein ja so das war jetzt voll nötig bringt das was? nö bringt nix kommt nochmal Chlor wenn ich das richtig sehe kaputt ich bin jetzt schon fast 3,2 Kilometer weit weg hmm hab ich meinen Roboter je wiederfindet? Plutonium Plutonium brauchen wir auch nicht haben wir genug guck soll ich da mal runter? Quatsch So Jetzt sind wir gleich vier Kilometer weg Hoffentlich ist es verirrt Hm Da sehe ich jetzt gar nichts Das war wirklich überhaupt nichts Oh, ein Felsbrocken Vier Kilometer entfernt Stell mal vor, weil wir da spawnen, das wäre ja Hammer Wobei, wie gesagt, wir könnten fünf Minuten was vorbeifliegen und ich würde es nicht mitkriegen Obwohl, da ist ja wirklich nichts So, Lampe mal wieder aus Haben wir da wieder so einen einzelnen Felsen von nichts Ja Wir haben ja riesengroße Wüste, oder wie? Schaut fast so aus, zumindest Wir brauchen Gold Ich meine, da ist schon tut es ja da Aber hier gibt es irgendwie gar nichts Das ist ja auch nicht einmal Tierbar Jetzt sind wir gleich fünf Kilometer weit weg und ich glaube die letzten eineinhalb haben wir nichts mehr gesehen Ich wusste, dass es eine Kugel ist Ob sie überhaupt eine Kugel ist Gut, ich würde sagen, ich fliege mal Richtung Radur war Da finde ich nichts Jetzt haben wir zumindest eine halbwegs klare Sicht Jetzt sehen wir wenigstens was Aber wie sie sehen, sehen sie nichts Ein riesengroßer Wüste Wo nicht einmal eine Ressource herumdeckt Hm, na gut Versuch was wert Wieder so ein Stein, oder? Ein nackerte Stein Mitten in der Wüste Ja So, in die Richtung müssen wir zurück Dann schauen wir mal Vier Kilometer haben wir noch vor uns Vielleicht findet man wenigstens den Robby so wieder Robby Komm mal Kann natürlich sein, dass Robby jetzt gestorben ist, weil wir nicht da waren Oder dass er da vorne irgendwo wirklich noch hängt Da ist nix Wir sind immerhin schon nur noch 3,2 Kilometer weg Ich werde kurz immer die Füße abstellen und dann weiterfliegen Ich werde kurz in die Richtung Das sind so 2,8 Kilometer. Das sind so 2,8 Kilometer. Das ist so 3,8 Kilometer. Da ist Gold. 2,6 Kilometer weg. 2,6 Kilometer weg. 2,7 Kilometer weg. So, das ist einmal Gold. Gut, weg damit. In die Richtung geht es zurück. Robi? 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 Hydrogen. Robi? 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 So weit sie mir folgen Oh, das ist der Das ist der Der Ach, da drum ist er Schöner Wurm Noch jemand? Ja, ich weiß schon Bei euch waren wir ja heute Nacht Das ist mir schon klar Der 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 Ich fürchte fast, das Magnesium in dem Roboter ist verloren, so wie der Roboter selbst auch. So ein bisschen insammeln. Wo ist mein kleiner Robi? Ja, wir hatten es ja auch viel zu lange schön. Oh Mann. Ja, und ob wir zurück in die Basis kommen und ob wir so einen Robi finden, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ups. Nicht mehr heute. Also, tschüss, tschan, baba, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.